Hallo Freunde, ich freue mich euch zu einer neuen Folge von Heroes of Might and Magic 3, die erste Erweiterung Armageddon Blade Kampagne 1, Puff, begrüßen zu dürfen. So, wir wollten uns mal jetzt genauer anschauen, was wir hier alles machen können. Schauen wir uns erstmal die Einheiten an. Ich denke, das sind noch die Einheiten, die noch nicht verbessert worden sind. Wir haben Imps, wir haben ein hohes Wachstum, aber die machen halt wirklich keinen Schaden und halten auch nichts aus. Die Gorks sind sogar noch langsamer. Könnte natürlich sein, wenn wir die verbessern oder so, dass die danach noch mal einiges besser sind natürlich. Machen aber auch wenig Schaden. Die Höllenhunde sind in Ordnung von der Geschwindigkeit, haben halt kein großes Wachstum. Die machen jetzt aber auch nicht so viel Schaden, aber ich, ja, die Dämonen selber, die sind natürlich, machen, ja. Also, Grottenteufel finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Die machen, haben gute Gesundheit, machen gut Schaden. Die Efret sind auf jeden Fall gut. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und die Teufel. Aber die haben halt wahrscheinlich alle einen relativ kleinen Wachstum und Efret und Teufel können wir noch gar nicht machen. Aber ich glaube, das werden unsere drei Hauptstreitmächte sein, solange sie zumindest nicht verbessert worden sind. So. Das da ist jetzt das Zeug, wo wir bauen können in der Stadt. Die Zitadelle, Verteidigung erhöht das Wachstum. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Dann können wir da mehr Wachstum reinmachen. Taverne ist klar, Schmiede ist klar, Marktplatz ist auch klar. Magiergilde ist klar. Da haben wir bisher nur Stufe 1. Was ist der Orden des Feuers? Zauberfähigkeit erhöhen, wenn man ihn besucht. Also, das ist auch nicht schlecht. Die Schwefelwolken. Verteidigende Helder. Also, das ist für die Verteidigung da. Ah, das ist cool. Wenn ich das richtig verstehe, können wir diese Städte mit dem Schlossportal reinsetzen. Und dann können wir hin und her springen. Von diesen einzelnen Städten. Das hat was. Das hat was. Das sind Imps erhöhen. Also, die Wachstum. Ob man dadurch die Imps auch verbessern kann. Keine Ahnung. Höllenhundproduktion erhöhen. Rekrutierung von Vertrauten. Ah, nee. Das ist, glaube ich, dann die Verbesserung für die Imps, schätze ich mal. Da können wir die Imps zu Vertrauten ums Wandeln. Und Magogs sind wahrscheinlich die Verbesserung von den Gorgs. Und Serbiri sind die von den Höllenhunden die Verbesserung. Und der gehörnte Dämonen sind dann natürlich auch die Verbesserung von den gehörnten Dämonen. Dass wir die Dämonen verbessern können. Was das jetzt genau bringt, weiß ich noch nicht. Da können wir Grottenlords holen. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Erfretz. Rekrutierung von Teufeln. Puh. Wir brauchen natürlich nämlich auch Geld für das ganze Ding. Lass mich ganz kurz mal die anderen Städte anschauen. Das ist ja das hier. Das würde mehr Geld bringen. Da brauchen wir aber erst eine Schmiede dazu. Dann würde ich sagen, brauchen wir hier auf jeden Fall eine Schmiede. Wir versuchen jetzt einfach mal das zu machen, damit wir auf jeden Fall mehr Geld kriegen. Wie sieht es denn hier aus? Das ist genau dasselbe. Dann bauen wir hier auch eine Schmiede. Dann können wir das andere schon mal in der nächsten Runde, je nachdem, steigern, damit wir da was machen können. Da haben wir hier auch noch keine Schmiede. Da haben wir auch noch keine Schmiede. Die haben wir auch noch nicht gebaut. Ich dachte, das wäre klar gewesen. Wir könnten natürlich versuchen, so ein Flammensee zu machen, damit wir Erfretz holen können. Machen wir das. Machen wir mal. Dann können wir nämlich jetzt auch Erfretz holen. Da werden wir auch zwei gleich rekrutieren. So. Das sind Gorgs, Höllenhunde, Imps, Grottenlords und Teufel. Ja, okay. So viel können wir noch nicht machen. Da oben liegt auf jeden Fall noch Gold. Das wäre nicht verkehrt. Wir rekrutieren Imps. Da geht es auch nicht weiter. Uh, okay. Es war vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. Aber egal. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und wir müssen auch schauen, wie wir hier rauskommen. Und wir müssen halt auch das Segelwerk und das ganze Zeug hier mal in Betrieb, äh, in Besitz nehmen. So. Die Städte haben wir uns ja schon drum gekümmert. So. Unser Ketzer Darf Darf Besseren Zauber machen. Da oben kommen wir gar nicht hin. Ja, okay. Aber da unten ist auf jeden Fall was. Wow, 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 wow. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut das alles hier funktionieren wird. Oh, ja, also das lief auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann holen wir uns auf jeden Fall hier mal ein paar von den anderen Sachen. Äh, Moment mal. Hast du eigentlich, ja, du hast schon Zauberbuch und du? Okay, ihr habt alle Zauberbücher. Das ist schon mal gut. Ja, ich sehe im Moment noch nirgends, wo, wo, ähm, so eine Säule ist, dass wir besser erkunden können oder so. Na gut, müssen wir mal schauen. Dann machen wir es halt per Hand. Auch gut. Mit einem Bampf und einer Schwefelwolke teleportiert sich Xexherr, ein Bote, den du losgeschickt hast, um einen Waisen zu finden. Xex hält einen kleinen Menschen mit dunklen Zügen in einen buschigen Schnorrbart, äh, und einen buschigen Schnorrbart in seinen Händen. Der Mann staubt sich ab, als könne er einfach den giftigen Gestank der dämonischen Teleportation wegwischen. Bist du der, den ich suche, Mensch? Slend schordert ein wenig nervös, aber er verbeugt sich tief und antwortet, ich bin es, Weiser und Historiker des Arcanen. Sag mir alles, was du über die Konflux-Helden weißt, die mir die letzten Wochen ausgewichen, auswichen. Ich werde wissen, was, ich werde wissen, was du weißt, oder ich reiße das Herz aus deiner Brust und benutze es als Zwischenmahlzeit. Slend schlug schwer und antwortete, es sind Fior und der Dämoner, äh, Fior aus der Domäne des Feuers, Seelil vom ewigen Wasser und Erdamon aus der Ebene der Erde. Von Seelil und Erdamon haben wir ja schon gehört gehabt. Und Fior, glaube ich, auch, oder? Fior bewacht den Schild der verdammten Seel, das Höllenfeuerschwert und Erdoman die Schwefelbrustplatte. Wenn richtig miteinander verbunden, können diese Artefakte in eine mächtige Waffe verwandelt werden, auch bekannt als das Schwert Armageddon. Exzellent, Mensch, du lebst vielleicht eine weitere Stunde und nun sag mir, wo ich diese Helden finden kann. Du trommelst deine Fingerspitzen in überlegender Manie aufeinander. Fior ist im Südwesten, aber ich kenne die Position der anderen beiden, nicht eurer Unheiligkeit, sagt Slend. Aber ich wäre sehr dankbar und sehr geehrt, wenn ihr mir die Aufgabe geben würdet, die anderen beiden zu finden. Nun gut, Weiser, aber wenn du mir diese Information nicht innerhalb einer Woche gibst, werde ich Xex hier zu dir schicken, um mir dein noch schlagendes Herz zum Abendessen zu bringen. Und nun, geh! Mit diesen Worten schnappt sich Xex, den verängstigten Weisen, und bampft weg. Du lächelst böse und trufst deine Captains. Fior ist nahe und kann diesmal nirgendwohin flüchten. So, wir holen uns auf jeden Fall erstmal das hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir erst nach Norden gehen sollen oder ob wir hier unten bleiben sollen. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich erstmal hier oben. Stein des Lernens, da haben wir noch einen, weißt du, einen Gelehrten. Wir bekommen etwas Wissen, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Eine uralte Hexe, die in einer seltsamen Hütte wohnt, heißt uns willkommen und wir lernen einfaches Fahrtfinden. Das Knistern magischer Energie, äh, Schande, ich weiß nicht, was er... Ja, wir machen mal Sauberkraft. Ich weiß nicht, was wir mit dir hätten brauchen können. Ah, doch, das ist... das war ganz gut. Okay. So. Dann, äh, Hauptstreit macht mit dir. Das holen wir erstmal das hier, dann holen wir hier... So. Xeron hat eine höhere Stufe. Dämonika. Angriff plus 1 kriegen. Wir kriegen entweder meisterhafte Führung oder einfache Offensive. Übernehmen die einfache Offensive mal. Und holen uns dieses Ding. So, und jetzt müssen wir nochmal schauen, was unsere Städte denn alles so machen. Ich wollte eigentlich die Stadt anklicken. So. Ich wollte hier... Wir könnten natürlich die Schmiede bauen. Ne, wir bauen erstmal dieses Ding hier. Um Efretz zu holen. Um zu rekrutieren. Ach ne, halt. Das ist, äh... Das ist eine Verbesserung. Das ist die Verbesserung vom Efret zu dem Efretzultan. Höhere Geschwindigkeit. Höhere Verteidigung. Ja, höhere Verteidigung. Ja, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht gewesen, meiner Meinung nach. So. Und bei euch wollten wir doch das Stadtrathaus jetzt bauen. Dann bringt es schon mal ein bisschen mehr... ...Gold ein, anstatt nur diese 1000. Dann gehen wir mal hierher. Fahrt finden. Da kommen wir irgendwie anders hin. Dann schauen wir uns vielleicht... Ah, genau. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon haben wollte. Ah ja. Hier geht's... ...in die Landen... ...in die grüne Landen sozusagen. Aber da können wir noch einiges hier uns anschauen. Ja, die Frage ist, ob wir das mit dem machen sollen. Oder ob wir... ...das mit Xerron machen sollen. Wir gehen kurz hier rein. Rottenlords, haben wir keine Efretz hier? Ne. Aber wenn, dann holen wir uns noch die drei... ...von... ...hoch. Waren das keine Cottonlords? Ach, ne, das sind Cotton Teufel. Cottonlords sind da noch ein bisschen besser. Okay. Okay. Und die können wir wahrscheinlich noch nicht verbessern, oder? Ne, leider noch nicht. Na ja, hier können wir noch nicht so wahnsinnig... ...viel machen. Dann hätte ich gesagt, bauen wir mal eine Schmiede, weil ich würde gerne wissen, was das mit der Schmiede auf sich hat. Ja, wir kriegen mal jetzt ein bisschen mehr Geld. Aber wir können nicht mehr bauen. Also das ist auch schon alles gewesen, was wir hier bauen können. Dann hätte ich gesagt, bauen wir hier ein Rohstoff-Silo. Dann kriegt man nämlich ein Quecksilber pro Tag. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und das werden wir wahrscheinlich auch hier nochmal bauen. So. Jetzt ist die Frage, soll man mal versuchen, das zu machen, oder gehen wir erst mal hier her? Ich glaube, ich lasse die erst mal und wir gehen erst mal einfach mal hier und machen hier ein bisschen was. So, und bei dir... Da kommen wir gar nicht hin im Moment. Das heißt, wir kommen noch hier unten lang oder da oben lang. Dann schauen wir einfach mal hier unten lang, was es hier alles so gibt. Okay. Alles klar. Das haben wir schon besucht, das Ding. Wir haben ein Götzenbild gefunden. Okay, sehr schön. Ich weiß einfach nicht, ob er vielleicht... Ja, wird das schon alles... Nee, das passt schon alles. So, Angriff plus eins. Ah, Moment, Moment, Moment. Wenn wir schon da sind, dann können wir auch da noch lang gehen. Wir rekrutieren Gox. Und Dämonen. Und erledigen Dessia. Dann kriegen wir noch Geld. Geld. Und hier noch eine Mine. Und das ist auch eine Sackgasse. Das heißt, unser einziger Weg, der hier rausgeht, führt eh hier lang. Okay. Alles klar. Dann noch die Städte. Wie sieht's denn hier aus? Beziehungsweise gehen wir doch mal erst in unsere Hauptstadt hier rein. Die Schmiede wollten wir natürlich ausprobieren, sobald wir da sind. Und es gibt ein schnelleres Wachstum. Cotton Lords. Da brauchen wir die Magier Akademie. Dann könnte man nämlich auch die Cotton Lords auch verbessern. Und da könnte man dann die Dämonen verbessern. Dann machen wir erst mal das hier. Damit wir die Dämonen da auch verbessern können, die wir haben. Okay. Ah, und die anderen natürlich. Verteidigung. Zauberfähigkeit. Produktion erhöhen. Produktion erhöhen. Und das andere sind die aufsteigenden Dinger. Hmm. Ich würde sagen, das sollte man vielleicht... Ne, da fehlt uns anderes Zeug. Geld haben wir eigentlich. Dann machen wir hier die Höllenhunde mal. Und hier machen wir auch die Höllenhunde. Weil die sind ja gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Okay. Das war's. Einer deiner Spione berichtet von einem großen Haufen Gold und Rohstoffe im Norden. Alles klar. Dann darfst du... Wow. Hat das jetzt uns das Leben gekostet. Ah, verdammt. Das war nicht gut, dass wir das so gemacht haben. Äh, kann ich nochmal laden? Du speicherst doch auch immer hier. Ja, gut. Gut, gut, gut. Das war keine so gute Idee. Das sollte man vielleicht tatsächlich mit Xeron machen, damit wir da ein bisschen, äh... Damit wir da ein bisschen, ähm... Ah, unseren Heldenleveln und alles Mögliche. Es wäre vielleicht da doch ganz geschickt. Durch diese Höllenportale kommen ja hin und... Können wir ja hin und her gehen. So. So, jetzt können wir doch... Äh, ne. Höllenhunde können wir noch nicht verbessern. Was, was, was wir hier geholt haben als letztes? Ach ja, die Dämonen waren das. Dann können wir die Dämonen zu gehörten Dämonen machen. Die sind schon ein bisschen besser. Das ist ein Grottenteufel und das ist nur ein Teufel. Das sind Imps. Höllenhunde. Ja, okay. Dann schauen wir mal als nächstes. Vielleicht die Hunde, dass wir die Hunde verbessern. Das heißt, wir machen jetzt mal den, äh... Den hier verbessern wir mal. Dann können wir nämlich unsere Hunde verbessern. Und haben jetzt Zerbari. Dreiköpfiger Angriff. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir das jetzt schon haben? Dann haben wir die Zerbari. Geschwindigkeit 8. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Und die gehörten Dämonen sind noch nicht so gut. Also die Zerbari würde ich ganz gerne, ähm... Würde ich ganz gerne holen. Die Grottenteufel, ja, die sollten auf jeden Fall so diesen Lords gemacht werden. Ja, dann wären Zerbari, Grottentlords, Efre, Sultane und die Teufel, glaube ich, so die, wo wir so, ähm, als Hauptding haben. Und die Schmiede wollten wir doch anschauen. Munitionskiste neu. Okay. Wir haben eine Munitionskiste gebaut. Ah, das ist das hier. Einen der Munitionskarten sorgt dafür, dass eure Truppen im Kampf immer genug Munition haben. Wusste gar nicht, dass da Munition ausgehen kann oder wie auch immer. So, da wäre vielleicht die Überlegung, ob wir mit dem jetzt hier hochspringen. Und da oben weitermachen. Weil das gefällt mir jetzt noch nicht so ganz, weil da halt die Gegner noch sind. Ah, nee, das gefällt mir nicht ganz so gut. Jemand hat mir von eurer Ankunft berichtet, sagt die Grenzwache. Ich kann euch nicht passieren lassen. Vielleicht solltet ihr irgendwas bekannter werden oder so. Ich konnte es nicht mehr richtig lesen gehabt. Ah. Ja, auch hier ist so die Sache. Äh, sollten wir vielleicht das mit Xeron machen. Ah, das war nur die Munitionskiste, genau. So, wie sieht es dann hier aus? Die Zitadelle wäre natürlich nicht schlecht. Wir bauen hier die Geburtsdinger. Und hier wahrscheinlich genau dasselbe. So. Äh, ja, bitte mach mal. Gut. Jetzt ist die Frage. Wir können noch weitere Zerberi holen. Und noch weitere Dämonen. Sollen wir vielleicht jetzt einfach mal nach oben hüpfen und versuchen, hier oben dann weiterzumachen. Und hier unten erstmal nicht weitermachen. Wie funktioniert denn das dann aber genau? Das müssen wir noch mal ganz genau... Das müssen wir noch mal ganz kurz anschauen. Komme ich jetzt hier oben irgendwie... Ah, aber wir haben doch dieses Portal. Orks, Sultane... Schlossportal. Ah, genau so können wir hinspringen. Ich will nach oben. Das hier. Das hier ist... Morningdale. Morningdale. Okay. Dann probieren wir mal aus, wie das funktioniert. Wo war es jetzt? Schlossportal. Morningdale. Ah ja, und jetzt sind wir hier oben. Sehr schön. Dann können wir hier oben mal ein bisschen weitermachen und hier ein bisschen die Gegner... Ach, du blockierst mir den Weg hier gerade. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. Und hier machen wir einfach mal mit dir hier oben weiter. So, hier können wir noch mal aufdecken. Ah, das sieht doch... Ach, krass. Was ist denn das hier? Magische Ebene. Das sieht mal ziemlich krass aus. Und da könnte man vielleicht sogar noch eine weitere Stadt vielleicht erobern. Ah. Interessant. Interessant. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss. In der nächsten Folge machen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht gehe ich einfach mal mit den anderen noch so ein bisschen erkunden. Wir werden in den Schlössern vielleicht noch ein bisschen Zeug rekrutieren. Und die Sachen hier oben holen. Da kriegen wir ja auch Artefakte noch. Und dann wäre Xenon vielleicht tatsächlich derjenige, mit denen wir ja großes Zeug machen können. Und die anderen machen dann einfach nur wieder das Übliche. Unsere Dings verstärken, wenn ihr versteht, was ich meine. Na gut. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Und tschüss.